Sexy Windelpo – eine erregende Fotosession Seitdem er Larissa kennt, übt ihr Windelpo eine ganz besondere Anziehung auf Frederik aus. Zur großen Überraschung seiner Frau holt er sie in seinem Urlaub unverhofft von der Arbeit ab. Er hat ein aufregendes Shooting auf dem Land geplant, bei dem Larissas Knister dahinter im Mittelpunkt des Interesses steht. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr